Was ist denn hier? Ich denke mal, drinnen kannst du, äh, kannst du Sprit kaufen. Ich steig mal eben aus. Habe ich doch. Hallo, Manni. Oh, den kann man ausrauben. Ist nicht wahr. Doch. Soll ich mal machen? Warte mal, warte mal, warte mal. Oh Gott, oh Gott. Da kommt ein Fahrzeug. Von rechts. Echt? Wo denn? Quatt gehört. Ganz weit weg. Wo ist der Typ? Der ist da drin, den kann man ausrauben. Ist nicht wahr. Doch. Mal gucken mal. Wasser. Will ich den ausrauben? Ja, ich weiß nicht. Ohne Waffe wird das nicht, steht da. Du hast eine Waffe. Ja. Hol die raus. Und jetzt? Und jetzt? Das dauert noch. Ohne Gott. Scheiße. Verdammt. Geht dann ein 2-Fahrer rein? Ja. Oh scheiße. Ob im Gange, Achtung. Ey, hier ist noch ein anderes Auto, oder? Nein. Hast du zugemacht? Ja, ich hab zugemacht. Ich mach aufwenden. Sag Bescheid, wenn du knapp an der 100 bist. Achte du auf Geräusche. Ja, ich schraub mal schnell alles hoch hier. Konfiguriert. Die Finger da weg, du sollst da jetzt gucken. Da kommt ein Auto. Da kommt ein Auto. Was machst du denn da? Warum sitzt du denn da? Die Polizei. Steig ein. Steig ein. Ja. 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 Da ist so. Ja. Wie du da rumzappelst. Ich sehe gar nix. Zappel, zappel, zappel. Du darfst jetzt nicht ausloggen oder so.